Ich weiß, wenn er nicht da ist und ein cooles Schwert für ihn eigentlich. Oh! Selbst ich bin in dem kleinen Messer und bleib ja... Mann! Und hinter uns die Falle. Guck mal was drin, ey. Boah ey, das ist so gemein, ne? Oh nein! Wieso häng ich hier an der Wand oder was? Ach ne, oben an diesem... Feuerding. Da ist ein Schwert für dich, ein Zweihänder. Oh, Steps. Ja. Wollen wir nochmal... Scheiße. Scheiße. Schnell dran dringen. Er ist rechts oben, glaube ich. Mhm. Oh ja, da hinten habe ich ihn gesehen. Aber ich habe keinen Schildschrank... Schult... Schilddrank. Da ist er. Vorsicht. Oh. Okay. Es sind drei. Und ich kann sie nicht hauen, ich glaube es nicht. Einer ist tot. Warte. Ja. Komm in Deckung. Einer ist ein Armbrustschütze. Ja. Komm erstmal zurück. Ja. Ich glaube nicht, dass ich... Oh, Alter, der hat mich dort geschlagen. Alter, der hat mich dort geschlagen. Boah. Ich war doch um ihn drum herum gedänzelt. Leichtfüßig wie ein Tänzer. Oh. Oh. Oh, Alter, klar. Scheiße. So. Ja. 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 Der andere hat jetzt Arschwasser. aus. Oh, der ist hier hinter mir. Da kommt er. Ach, den kriegst du locker. Ja. Nein. Mist. Die blöde Kugel ist schneller als du. Mhm. Aber vielleicht kannst du meine räutige Seele einsammeln. Da liege ich mit verkrüppelter Hand. Der Schlüpper. Hättest du nicht zeigen müssen im Publikum. Ah, die hat sich verpisst, hm? Ah, das Doofe ist halt der Armbus, ne? Oh, hier kommt man nicht weiter. Das ist halt... Da sitzt man in der Äcker. Na, wo bist denn du jetzt? Ich seh da ein Pfeil auf der Karte gar nicht. Ach, doch jetzt. So ein? Doch, jetzt. Ich hab noch den Dude gelootet. Hm? Ja, geh hier oben halt lang. Oh, hat er Handschuhe? Der hat Handschuhe. Oh, hat er Handschuhe? Der hat Handschuhe. Steht da ein Schrein in den Raum? Ja. Ah. Ich darf wieder mitspielen. Geil. Ja, hoffentlich schaff ich das auch bevor die Zone kommt. Ja. Aber es sieht gut aus. Ich werfe dir dann gleich Heiltränke dahin. Ja. Du musst gleich den Weg wo du gestorben bist hinlaufen. Ja. Lass uns erstmal da zurücklaufen und dann machen wir das mit den Heiltränken und dem ganzen Zeug schon. Komm, schnell. 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 Komm, hier. Hier, hier, hier. Hier mal. Ja. Scheiße, ich hab die Tür natürlich gestört, ne? Warte, ich mach die kaputt. Ja. Nein. Oh. Ach du Scheiße. Mist. Warte, ich werfe die Tränke hin. Danke, 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 danke. Ich muss erstmal was anziehen. Schlags tot. Ich hab sie hier hingelegt gehabt. Ja. Ich hab's schon. Die Dolche liegen daneben. Okay. Oh Gott. Was? Wo sind meine Dolche? Ich seh sie nicht. Hier liegt so Zeugs daneben. Direkt hier rechts neben. Zwischen den Steinen. Genau hier zwischen. Ah, okay. Cool. Danke. Nimm. Ich mach'n Kämpfer, ja? Ich mach'n Kämpfer, ja? Okay. Andi, das schaffen wir nicht mehr. Da oben ist auch ein Exit. Ich mach' mich raus. Ja, aber da sind überall noch Bledermäuse. Oh ja. Hätt' dich beinah' gehauen, du? Oh. Die hat mich schon wieder... Naja, ich hatte noch so'n Fitzelchen Leben. Nimm das Portal. Ja. Ich hab' sie einmal angestochen und dann... Sie... Geh' raus. Da hast du ja die Portale. Da kommt schon was... Da kommt was dann... Oh, warum? Tja. Sehr gut. Na dann, Dolche hab' ich schnell eingepackt. Okay. Gut. Nice. Was war's da? Wollen wir rein oder wollen wir ihn lassen? Machen wir rein, machen wir tot. Ne... Meinst du? Ja, hier war ein Kamm. Was ist denn hier? Was ist denn hier passiert, Alter? Alter. Haha. Das reinste Völkerschlacht, denk' mal. Tja. Wo ist er hin? Oh, da hinten hat er was zerdeppert. Hat er die jetzt alleine lang gemacht oder war das sein Trupp? Das war bestimmt nicht alleine. Irgendwo läuft hier ein dicker Boss rum oder so. Ja, ja, da hinten ist der Magier da hinten mit den Feuerbällen. Eins, zwei, drei, vier, fünf Stück. Haben wir schon mal unsere Ruhe hier drin? Stimmt, der hat einen Speer. Ja. Der eine da vorne noch. Der hat vor uns hier die Hütte. Irgendwas hat er im Vasen kaputtgeschlagen. Ja, wir müssen langsam Ich hänge fest. Hä? Ich hänge fest, Alter. Ich hab ein Rubberbending. Alter, willst du mich verarschen? Hä? Ich komm hier nicht mehr raus. Was ist denn das jetzt? Warum bin ich schwarz? Weiß ich nicht. Ich hänge... Achso, das ist, weil du unsicher warst. Warte mal, warte mal. Geh mal ein Stück. Kann ich dich schieben? Jetzt kann ich jetzt... Oh, danke. Jetzt... Oh, ja. Ey. Oh, Alter. Hier müssen wir uns beeilen. Da hinten... Jetzt... Irgendwo ist er hin. Oh. Äh... Da sind Bogenschüssen. Weiß ja nicht, ob wir das machen wollen. Wo ist denn der Idiot? Irgendwo ist ich hier beinahe runtergegangen, glaube ich. Aber er ist egal, solange er weg ist. Stech sie nieder. Du bist nachmittag immer da. Sehr gut. Gut zu wissen. Liegen noch ein paar Klüblan. Ey, hier kämpft ja einer. Ja, neben dem anderen irgendwie, ne? Ja. Ach, der Scheidrick war nicht. Ich hab mich grad ein bisschen verjagt, weil ich deinen Namen nicht gesehen habe. Ey, Fleischbänder, hier ist ein 30er-Bogen. 30? Mhm. Ja, alles abgestochen. Was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Ich hab ein 19er, äh, Dolch. Raus zu ner Fackeln. Hier hab ich noch 3er. Nö, nö, nö. 19er Dolch? Dann nicht. Und der hier unten. Ich nehm erstmal was du mit. Ne, ist hier erst clear. Ich bin unten. Hast Bogenschützen und Magie, ja? Ja. Ja, eben. Müssen wir wieder raus. Dann mach ich noch. Stachel es mal an, die Hunde. Achtung. Ah, hier ist... Ach, ich wollt grad sagen, hier steppt noch einer. Okay, sag. Ja, ging doch easy. Wo ist noch einer? Mach den gar nicht, man löft ihn da hin. Was? Zu mir? Nein, wolltest du mal? Ja, 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 ja. Ja, aber ihm den Schägel ein. Genau. Schön, wenn ich rausgekommen, hab ich wieder Waffen am Start. Guck mal, hier ist auch wieder so ne Truhe für Matze. Da ist bestimmt wieder so... Ja. Gehen wir rein hier, Matze. Gehen wir rein. An die... Ach, die Großen. Die Großen sind doch nicht so, oder? Die Großen sind doch nicht gefährlich. Wir werden stehen. Oh, Stade. Das dachte ich, da beschießt mich noch einer. Der greift mich gar nicht an. Der will mich. Kümmer doch euch. Ich loot in der Zeit. Ja, hinter dir ist ein Gegner. Der läuft da hinten. Hab ich's doch recht gehört. Zwei Stück. Ein Barbar und ein... Ah, nee, ist ein Zauberer. Ein nackiger Zauberer. Leutsch, wenn du den kriegst, mach mit dem Bogen tot. Kann man die umgehen? Eigentlich ja. Der Blitzer. Hier langlaufe. Ich kann nicht rangehen, sonst... Der schießt mich 100% ab. Ah ja. Da kommen die auch irgendwie nicht da durch, oder? Nee, ich mach die Tür jetzt auf. Tür ist offen. Matze schon da. Stich doch nur zu! Warum sticht da denn nicht? Einer ist tot. Ach, einer ist bei Bleispendern da drüben. Oh. Bringt ihn um. Ja, geil. Ich hab ihn niedergestreckt. Sehr schön. Ich hab's gesehen. Deine Seele gehört mir. Ich mach mal die Typer, die ist tot. Was wollte der denn da damit? Gute Frage. Alter, Alter. Bleispender, hier. Das Schwert, Alter. Zieh's dir rein. Denn seine Seele kann ich wohl gar nicht nehmen, ne? Ich glaub, musst du seine Gruppe sein, irgendwie. Ach so. Feiner Kleriker. Welches Schwert? Wo bist denn du? Hier, bei dem, den ich totgeschlagen habe. Alter, hat er ein brachiales Schwert. Der hat uns niedergemacht. Boah, 34, Alter. Wahnsinn, oder? Kein Magie-Schaden, Equipment-Speed und Devotion-Bonus. Alter, später. Und dafür würde ich töten. Ja. Das ist auf alle Fälle ordentlich. Geh rein, ne? Nee, haut ab. Doch. Das ist ein gutes Schwert, aber... Wir müssen rein. Na ja. Wir schleiden nochmal nachher. Oh, das wird jetzt knackig, Jungs. Auf jeden Fall. Bogenschütze und Magier ist da hinten. Was, Spieler? Nee, 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 nee. Herr Kong? Und trifft ihn gar nicht. Ach, der ist weg. Da oben ist noch so ein... Kohlkopf. Bei dir ist ein... Ein Kohlkopf. Ein fliegendes Vieh, Matze. Ich kümmere mich mal hier um den, solange ich noch... Bist du wahnsinnig? Warte. Da ist noch ein Krieger. Wer hat denn schon wieder einen... Ach, ein Bogenschützer? Da ist noch so ein dicker Krieger zwischen dir. Okay. Aber, aber der verfolgt mich und alles... Schießt. Na, kümmere dich... Der Bogenstürz ist weg. Der Blauer muss. Au, au, au. Au, au, au. Ich muss was trinken. Nein. Erlebt immer noch. Nein, ich häng fest. Oh, nein. Oh, Mann. Mein Blut, Alter. Leck mich am Arsch. Mein schönes Geld. Ja, schau ein Krieger, Alter. Scheiße, wie jetzt? Ui, 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 ui. Nein. Hinter dir, bleib später. Hinter... Boah, Alter, das war knapp. Hier ist noch was. Der Krieger. Das ist... Was? Ne, das ist doch... Hier hinten ist ein Stein. So, wer da? Wenn du rauskommst, gehst du raus. Das sind zwei, oder? Ne, einer nur. Schnell, 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 schnell. Ich hab's geschafft. Oh. Oh, Mann, mein schönes Geld. Oh, ich... Die Millionen schon gezählt auf dem Konto. Das war knapp allweil. Oh, der Arsch kriegt das ja übel. Wie der nach vorne brecht. Wie ein Pertager. Nein. Oh, nein. Kein Portal aufgegangen mehr. Nichts, gar nichts. Nichts, nicht mal ein Rotes hab ich gesehen. Die Zeit vorum. Ah. Ach, die Zeit vorum. Ja. Das hab ich auch noch nicht erlebt. Man lernt nie aus. Wie. Musik Bis zum nächsten Mal.